Frische Freiland-Eier? 19. Selbstgebundene Sträuße? 22. Kochschinken? 12. Was für die meisten nur ein gewöhnlicher Marktbesuch ist, ist für sein Gehirn ein wahrer Genuss. Hi, ich bin Philipp, ich bin 14 Jahre alt und wenn ich ein Wort oder einen Satz höre, weiß ich sofort wie viele Buchstaben das sind. Das waren übrigens 106 Buchstaben. In der Grundschule haben wir halt so ein Spiel gespielt mit unserer Lehrerin, Buchstaben zählen und da habe ich ja gemerkt, dass ich das gut kann. Für mich war es halt am Anfang so, ich dachte, das wäre normal. Es ist halt unterbewusst und ich weiß halt nicht genau, woher es kommt. Zu Hause oder anderswo, in Philips Alltag dreht sich alles um Buchstaben. Von A wie Apfelbaum, in dem der 14-Jährige besonders gerne klettert. Oder B wie Bauwagen. Das ist unser Bauwagen, da spiele ich immer nach der Schule mit meinem Freund Peter Tischernis. Über F wie Familie. Die Königs aus Salzkotten. Oder H wie Hühner. Das sind unsere Hühner, wir haben schon Hühner seit ungefähr 10 Jahren und ab und zu gibt es Frühstückseier von denen. Und schließlich Z natürlich wie sein Zimmer. Das ist mein Zimmer, kommt rein. Das ist so meine Lieblingsbücherecke. Da sind so Rubrik Fantasy alles. Das ist eher so ein Grundschulregal, da leite ich mein Bruder ab und zu was aus, wenn er dann was lesen möchte. Hier mache ich meine Schularbeiten. Hier steht auch noch meine Gitarre. Ich spiele jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. So gut bin ich noch nicht, aber ich übe. Und hier, das ist so meine Chill-Ecke. Hier setze ich mich meistens rein, lese ein Buch. Ich lese so umso durchschnittlich ein Buch die Woche. Ich lese halt oft vom Schlafengehen, aber bei mir ist es auch eher phasenweise. Also mal lese ich viel in der Woche, mal eher weniger. Schon als kleiner Junge begeistert sich Philipp für Bücher und ihre Geschichten. Wie hier mit sechs, heimlich gefilmt von Papa Christian. Tapp, tapp, tapp zu den Löwen. Tapp, tapp, tapp zu den Löwen. Der kann sich sehr gut auf eine Sache fokussieren. Also rundherum kann die Welt zusammenbrechen und er sieht die eine Sache. Das ist auch was ganz Spezielles so. Und an diesem Ort findet man Philipp besonders oft. In der Salzkottener Stadtbibliothek. Denn die ist quasi sein zweites Zuhause. Bei den ganzen Büchern hat der Schüler genügend Übungsmaterial, um sich auf sein Duell vorzubereiten. Buchstaben zählen. Na klar, was sonst? Wenn ich Buchstaben zähle, ist es so, ich höre ja das Wort. Und dabei probiere ich dann halt möglichst schon dabei zu zählen. Und dann nehme ich mir halt immer so einzelne Silben vor und mache das von Silbe zu Silbe. Dass ich dann quasi so nach und nach das zusammenzähle. Das Besondere dabei, er isst unglaublich schnell. Wenn ich jetzt zum Beispiel Toaster nehme, wüsste ich halt sofort, dass es sieben sind. Äh, ja klar. Und wie schlagen sich wohl andere beim Buchstaben zählen? Diese extrem mutigen Menschen wollen es ausprobieren und stellen sich dem ultimativen Test. Okay, ich sage euch ein Wort, ihr sagt mir die Buchstabenanzahl. Okay, Philipp, jetzt haben wir noch ein Wort für dich. Das Wort lautet Fußboden-Schleifmaschinen-Verleih. 31. Richtig. Er ist einfach unschlagbar. Ein außergewöhnliches Talent mit sieben Buchstaben. Philipp. König der Buchstaben? Das bin dann wohl ich. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, 할게요 – zum nächsten Mal, Tschüss! j Bassliue somos mal, upon einem Schlech, Paste premiers Casreally